Wo finde ich Sofas? Sofas finden sie im ersten Stock. Wo ist denn mein Laptop? Er liegt auf dem Schreibtisch. Hast du einen Drucker zu Hause? Nein, ich habe keinen Drucker. Wo legst du mein Handy hin? Ich lege es aufs Bett. Ist das dein Sofa? Ja, es ist sehr groß. Dein Bett ist sehr schön. Danke. Ist das dein Handy? Ja, es ist ganz neu. Wo finde ich Sofas? Sofas finden sie im ersten Stock. Wo ist denn mein Laptop? Er liegt auf dem Schreibtisch. Hast du einen Drucker zu Hause? Nein, ich habe keinen Drucker. Wo legst du mein Handy hin? Ich lege es aufs Bett. Ist das dein Sofa? Ja, es ist sehr groß. Dein Bett ist sehr schön. Danke. Ist das dein Handy? Ja, es ist ganz neu. Wo finde ich Sofas? Sofas finden sie im ersten Stock. Wo ist denn mein Laptop? Er liegt auf dem Schreibtisch. Hast du einen Drucker zu Hause? Nein, ich habe keinen Drucker. Wo legst du mein Handy hin? Ich lege es aufs Bett. Ist das dein Sofa? Ja, es ist sehr groß. Dein Bett ist sehr schön. Danke. Ist das dein Handy? Ja, es ist ganz neu. Opa? Es ist ganz neu. Du bist ein Handy. Vielen Dank.